Hallo liebe leute hier bin ich wieder und zwar ich wollte euch vielmals und aber tausendmals danken für die 400 abos ja ich habe mir das nie niemals gedacht ich habe früher jeden tag gestreamt wirklich jeden fucking day hatte ich ein zwei zuschauer ob und zwar schreibt einmal rein hey alles nie was passiert wochen lang dann spielst einmal rocket league und alle drin voll durch bei einem spiel bei einem ok krass und dann ist die community gewachsen und gewachsen jetzt habe ich 400 also quasi in zwei monaten quasi über 350 abos gemacht wenn ich mir nicht schlecht und dafür danke ich euch vielmals ja und jetzt kommen wir zur belohnung ja ihr kennt ja ich mache ja gern turniere und ich werde heute ab nachmittag die uhrzeit werde ich noch bekannt geben ja das seht ihr daneben mein live stream ein turnier machen in rocket league wo ihr meinen heiß geliebten reaper taktiker gewinnen könnt und desto mehr wieder sowas sehen wer am schnellsten das tor schießt der bekommt das ja damit auch die kleineren eine chance haben ich werde aber eine andere arena nehmen ja nicht dass wieder so ein locker gibt der was den ball erwischt und der nach drei sekunden das tor geht das war ein bisschen und ja ich werde schon was cooles machen ja und der gewinner bekommt dann mein taktiker zweiter dritter platz bekommt natürlich auch was ich mache das eher am nachmittag weil ich denke da werden die meisten schon zu hause sein auch die kleinen kiddies und ja also ich wollte euch noch mal herzlich danken für die 400 abos ja es ist echt krass und ich werde es noch ein bisschen gta live stream ja damit mal ein bisschen was anderes reinkommt weil arg startet ja bald ja ich schätze mal nicht mal mehr als eine woche dann geht es mit acht los werden community server ihr könnt alle mitspielen wir spielen alle zusammen wäre echt geil wenn ihr alle mitmacht und lassen leichter ja lasst vielleicht ein kommentar wäre auch cool weil ich liebe es wenn ihr kommentiert ich schreibe auch sofort zurück ich schreibe wirklich jeden kommentar ich werde jeden kommentar liken jeden kommentar zurück schreiben weil ich das richtig geil findet mit euch zu kommunizieren und dann sehen wir uns am nachmittag bzw abend aber ich jetzt eher nachmittag und an die anderen wir sehen uns gleich beim gta 5 live stream ja mal gucken ob uns die polizei erwischt ja komm her kurz meinen kleinen hund zeigen wenn man sieht komm her ja wuschibudibudibu budibudibu mein kleiner doggy der ist vielleicht auch dabei also wenn er bellt dann dann ja nicht erschrecken gut wir sehen uns gleich bei gta an der leute beim turnier wir sehen uns am nachmittag uhrzeit gebe ich noch bescheid ja ich wünsche euch jetzt schon mal viel viel glück ja die regeln schreibe ich wieder in die kommentar in die description rein und ja bis gleich liebe leute ich liebe euch